Hallo Deutschschule Aussprachetraining und der Frosch die Frösche Der Frosch hüpft über die Wiese. Der Frosch hüpft über die Wiese. Der Frosch fängt eine Fliege. Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen isst gerne Nüsse. Das Eichhörnchen ist gerne Nüsse. Das Eichhörnchen rennt schnell. Das Eichhörnchen rennt schnell. Der Schokoladenkuchen Heute backe ich einen leckeren Schokoladenkuchen. Heute backe ich einen leckeren Schokoladenkuchen. Mh, dieser Schokoladenkuchen schmeckt so gut! Die Chilischote Die Chilischote ist scharf. Heute koche ich eine Suppe mit scharfen Chilischoten. Heute koche ich eine Suppe mit scharfen Chilischoten. Scharfe Chilischoten sind gesund. Scharfe Chilischoten sind gesund. Isst du gerne scharfe Chilischoten? Der Schatz Die Schatzkarte Der Schatz ist auf der Schatzkarte eingezeichnet. Die Piraten sind auf der Suche nach dem Schatz. Die Piraten sind auf der Suche nach dem Schatz. Aber wir Deutschlerner haben den Schatz. Aber wir Deutschlerner haben den Schatz. Wir haben den Wortschatz. China In China gibt es sehr köstliches Essen. Das chinesische Essen isst man mit Stäbchen. Das chinesische Essen isst man mit Stäbchen. Die Stäbchen Die Stäbchen Die Schuhe Die Schuhe Die hochhackigen Schuhe Die hochhackigen Schuhe Die hochhackigen Schuhe nennt man High Heels. Die hochhackigen Schuhe Die hochhackigen Schuhe nennt man High Heels. Die Turnschuhe Die Turnschuhe trägt man beim Sport. Die Turnschuhe trägt man beim Sport. Die Anzugschuhe Die Anzugschuhe trägt man im Büro. Die Anzugschuhe Die Anzugschuhe trägt man im Büro. Die Fußballschuhe Die Fußballschuhe Die Fußballschuhe trägt man beim Fußballspielen. Die Skischuhe Die Skischuhe trägt man beim Skifahren. Die Skischuhe trägt man beim Skifahren. Die Bücher In der Bibliothek gibt es viele Bücher. Ich lese am liebsten Kochbücher. Liest du auch gerne Bücher? Das Schloss Die Schlösser In Deutschland gibt es viele schöne Schlösser. Das berühmteste Schloss in Deutschland ist Schloss Neuschwanstein. Das berühmteste Schloss in Deutschland ist Schloss Neuschwanstein. Das Licht Das Licht In der Disco gibt es viele grelle Lichter. In der Disco gibt es viele grelle Lichter. Das Licht meiner Taschenlampe leuchtet hell. Jetzt geht mir ein Licht auf. Jetzt geht mir ein Licht auf. Der Chef Der Chef Der Chef leitet das Unternehmen. Der Chef leitet das Unternehmen. Heute Heute habe ich ein Gespräch mit meinem Chef. Der Chef in einem Krankenhaus ist der Chefarzt. Der Chef in einem Krankenhaus ist der Chefarzt. Der Chef in der Küche ist der Küchenchef. Der Chef in der Küche ist der Küchenchef. Der Fisch Der Fisch schwimmt im Ozean. Der Goldfisch schwimmt im Aquarium. Der Goldfisch schwimmt im Aquarium. Juhu, ich habe einen Fisch gefangen. Juhu, ich habe einen Fisch gefangen. Fischers Fritze fischt frische Fische. Die Milch Die Milch Die Milch ist in einem Tetrapack. Ich trinke meinen Kaffee immer mit Milch. Ich trinke meinen Kaffee immer mit Milch. Wie trinkst du deinen Kaffee? Der Schrank Der Schrank für die Kleider ist der Kleiderschrank. Heute nehme ich mir ein schönes Sakko aus dem Kleiderschrank. Heute nehme ich mir ein schönes Sakko aus dem Kleiderschrank. Schreiben Schreiben Ich schreibe mit einem schönen Stift. Ich schreibe mit einem schönen Stift. Am liebsten schreibe ich mit einem Kugelschreiber. Am liebsten schreibe ich mit einem Kugelschreiber. Manchmal benutze ich aber auch einen Bleistift zum Schreiben. Schreibst du eigentlich mit rechts oder mit links? Der Elch Der Elch Das Elchgeweih Der Elch besitzt ein großes Elchgeweih. Der Elch besitzt ein großes Elchgeweih. Der Elch 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 trinkt aus einem goldenen Elch. Elch Der Elch trinkt aus einem goldenen Elch. Elch Oh oh, der Elch hat zu viel Wein aus seinem Elch getrunken. Oh oh, der König hat zu viel Wein aus seinem Kelch getrunken. Schwarz Schwarz Alexandra trägt ein schwarzes Kleid. Die schwarze Handtasche passt perfekt zum schwarzen Kleid. Die schwarze Handtasche passt perfekt zum schwarzen Kleid. Der Schal Der Schal Im Winter trage ich einen warmen Schal. Im Winter trage ich einen warmen Schal. Sophia trägt beim Skifahren einen schicken Schal. Sophia trägt beim Skifahren einen schicken Schal. Die Chemie Die Chemie Das Chemielabor Das Chemielabor Das Chemielabor Der Chemiker Der Chemiker Der Chemiker Die Chemikerin Die Chemikerin Die Chemiker arbeiten in einem Chemielabor. Chemielabor Der Chemielehrer Der Chemielehrer Die Chemielehrerin Die Chemielehrerin unterrichtet Chemie in der Schule. Schwimmen Die Chemielehrerin unterrichtet Chemie in der Schule. Schwimmen Schwimmen Schwimmt In einem Schwimmbad Schwimmst du auch gerne in einem Schwimmbad? Du bekommst Emojis für den Chat. Wir korrigieren und beantworten deine Kommentare. Stufe 2 kostet 1,95 Franken im Monat. Alles von Stufe 1 ist inklusive. Wir posten exklusiven Content in der Community. Es gibt einen Livestream im Monat. Stufe 3 kostet 5,95 Franken im Monat. Alles von den Stufen 1 und 2 ist inklusive. Du bekommst Zugang zu unserer Lernplattform. Wir geben dir einen Blick hinter unsere Kulissen. Und das Beste? Für unsere Abonnenten ändert sich nichts. Auch alle Nichtmitglieder erhalten weiterhin jeden Sonntag ein neues Video und viele Posts. Klicke auf den Button. Abonniere den Kanal der Hallo Deutschschule und aktiviere das kleine Glöckchen. Gib uns jetzt einen Daumen nach oben und klicke auf diese Playlist für weitere Videos zum Deutsch lernen.